Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Photoshop in 30 Sekunden. Heute geht es mal um das Rauschen reduzieren. Viel Spaß damit. Normalerweise würde man denken, man geht auf Filter und dann in die Rauschfilter und dann Rauschen reduzieren. Früher hat man das auch gemacht, heute gibt es aber sehr viel bessere Möglichkeiten, die das Bild wesentlich besser verarbeiten. Und dafür gehe ich jetzt wieder auf Filter, aber diesmal auf den Camera Raw Filter. Und jetzt öffnet sich Camera Raw und hier gibt es wesentlich bessere Möglichkeiten, das Bild von dem Rauschen zu befreien. Und dafür klicke ich hier auf die Detailspalette und dann gehe ich hier in die Rauschreduzierung rein. Hier gibt es zwei Arten von Rauschen. Einmal das Luminanzrauschen und einmal das Farbrauschen. Das Farbrauschen sieht man hier doch relativ doll und deswegen werde ich das jetzt hier einfach auch schon mal sehr, sehr stark reduzieren. Natürlich geht da nicht alles raus, aber so ein bisschen Verbesserung siehst du doch schon dann ganz eindeutig. Als nächstes nehme ich auch das Luminanzrauschen hier auf jeden Fall raus. Ich denke mal, dass ich hier auf einen Wert von maximal 50 gehen kann. Das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist, wenn ich hier mal zu 100% ranzoome, dass die Rauschreduzierung natürlich auch Details aus dem Bild herauswäscht. Dementsprechend kann man hier gegenregeln, indem man hier diesen Detailsregler wieder etwas nach oben zieht und somit die Details von dem Rauschen reduzieren rettet. Ein zweiter Tipp, den ich dir noch geben möchte, ist, dass Rauschen ja hauptsächlich in den Tiefen vorkommt. Das siehst du hier ja auch in dem Himmel und dementsprechend würde ich mal einfach sagen, dass man hier den Schwarzregler einfach nach unten zieht und genauso die Tiefen auch etwas nach unten zieht. Dadurch wird der Himmel zwar wieder deutlich dunkler, aber das Rauschen wird auch wirklich sehr schön reduziert bzw. verschwindet einfach wieder in den Tiefen und dementsprechend kannst du hier auch wirklich sehr schön gegensteuern. Wenn ich hier mal fertig bin, dann kann ich hier einfach auf OK klicken und das ganze Bild sieht dann so aus. Jetzt kann ich dir hier nochmal den Vorher-Nachher-Vergleich zeigen. So sah das Bild vor der Rauschreduzierung aus, so danach. Also der Camera Raw Filter ist wirklich ein sehr, sehr mächtiges Tool, um auch das Rauschen in deinem Bild zu reduzieren. Das war es für diese Woche. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Wenn dem so ist, gib dem Video gern einen Daumen nach oben. Wenn du Fragen hast, kommentiere gerne in den Anmerkungen oder auch wenn du neue Video-Vorschläge hast. Ich freue mich immer über das ganze positive Feedback von euch. Das gibt mir wirklich die nötige Motivation, um hier weiterzumachen. Und wenn du noch nicht den Kanal abonniert hast, dann tu natürlich auch das für weitere Videos. Ansonsten sehen wir uns am Sonntag um 12 Uhr zum nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, viel Spaß beim Bearbeiten.